So, die Mühle läuft. Einen wunderschönen guten Tag. Guten Tag zusammen. Wie schnell immer doch die Zeit vergeht und im Zuge unserer super Sommer, mega coolen Verlosungsaktion sind wir jetzt auch schon wieder beim Ende unseres nächsten Gewinnspiels angekommen. Und diesmal ist es nämlich kein... Es ist das Otterzentrum in Hankensbüttel. So sieht's aus. Dafür haben wir auch 10x2 Kartenverlust und die Gewinner stehen fest. Ganz genau. Und die haben mittlerweile nämlich schon eine E-Mail von uns bekommen. Herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner und alle, die nicht gewonnen haben. Gewinnerinnen auch und die nicht gewonnen haben. Wir haben natürlich viele neue Gewinnspiele immer parat. Also nicht traurig sein. Neue Chance, neue Liebe, neues Glück. Neues Gewinnspiel, neues Glück sozusagen. Und in der E-Mail stehen natürlich alle Kontaktdaten drin von Jessica Witt bei uns im Hause, die für die gesamte Koordination zuständig ist. Also bitte mit ihr Kontakt aufnehmen. Und von der Show brauchen wir... Also von der Show, von der tierischen Show. Genau. Brauchen wir natürlich. Fotos brauchen wir. So, die brauchen wir natürlich für unseren Account. So, allen Gewinnern nochmal herzlichen Glückwunsch und allen einen schönen Tag. Viel Spaß. Bis dann. Ciao. Ciao.